Die Ligue de Football de Saint-Pierre-et-Miquelon ist der regionale Fußballverband des französischen Überseegebiet Saint-Pierre-et-Miquelon. Die Organisation wurde im Jahre 1976 gegründet und ist Mitglied im französischen Fußballverband Federation Française de Football. Eine Mitgliedschaft in der CONCACAF oder der FIFA besteht nicht. Präsident ist Jean de Lisaraga, sein Vorgänger war Louis Quedinette. Vereinsmannschaften auf Saint-Pierre und Miquelon In sämtlichen Fußballmannschaften von Saint-Pierre und Miquelon spielen ausschließlich Amateure. 2009 waren 443 Vereinsspieler registriert. Inselmeisterschaften werden seit 1964 ausgetragen, die Klubs nehmen auch an Wettbewerben der angrenzenden kanadischen Provinz Neufundland und Labrador teil. Fußball ist dabei nicht die beliebteste Sportart auf den Inseln, Segeln und Eishockey sind verbreiteter. AS Der AS Ilien Amateur gewann bereits 30 Mal die Verbandsmeisterschaft. AS Der Association Sportive Saint-Pierre-Eis auch. A Saint-Pierre ist der mit Abstand älteste Fußballverein von Saint-Pierre und Miquelon. Er wurde 1903 gegründet. Die offiziellen Mannschaftsfarben sind grün und weiß. Der AS Saint-Pierre-Eis gewann bereits 5 Mal die Verbandsmeisterschaft. AS Der AS Miquelonese von der Nachbarinsel Miquelon-Langlade gewann im Jahr 2005 zum 1. Mal die Verbandsmeisterschaft. Daneben finden sich immer wieder Firmen und Freizeitmannschaften. Auswahlmannschaft von St. Pierre und Miquelon. Auf Saint-Pierre und Miquelon existiert neben den Vereinsmannschaften auch eine Auswahlmannschaft bzw. Fußball-Nationalmannschaft für Länderspiele, die jedoch im internationalen Fußball keine Bedeutung besitzt und noch kein anerkanntes Länderspiel absolviert hat. Die Auswahlmannschaft von Saint-Pierre und Miquelon ist am Turnier um die Coupe de lauter mehr Teilnahme berechtigt. Dass der französische Fußballverband für die Auswahlmannschaften der französischen Überseegebiete ausgerichtet hatte, nahm allerdings erstmals 2010 daran teil. Dabei unterlag sie gegen Reunion mit 0.11 Uhr, gegen Mayotte 0.10 Uhr und gegen Französisch-Gayana 0 zu 7. 2012 verlor die Mannschaft mit 0.13 Uhr gegen Guadeloupe 0.10 Uhr gegen Reunion. 1.11 Uhr gegen Französisch-Gayana und das Spiel um Platz 7 mit 1.16 Uhr gegen Neukaledonien. Begegnungen, obwohl gelegentlich von einem 3-0-Sieg gegen die Fußball-Nationalmannschaft von Belize in Belize-City im Jahre 1999 berichtet wird, bestreitet die Belize Football Association, dass dieses Spiel jemals stattfand. Am 21. Juni 1997 spielte eine Auswahlmannschaft von Saint-Pierre und Miquelon gegen eine Auswahlmannschaft ehemaliger Profis aus Frankreich, die von Michel Platini angeführt wurde. Und verlor die Begegnung vor der Rekordkulisse von 1.400 Zuschauern mit 4 zu 5. Eine weitere Begegnung soll es am 3. Februar 1958 gegen eine Auswahl der französischen Marine gegeben haben, das Ergebnis ist nicht bekannt. Fußballplätze Es gibt auf Saint-Pierre und Miquelon drei Fußballfelder. Das Stade John Girardin auf Saint-Pierre ist der Fußballplatz des Assylien-Amateurs und der Auswahlmannschaft. Das von einer Bande umgebene Spielfeld besitzt eine Kapazität von 500 Zuschauern. Das Stade Leon Sklero ein von einer Bande umgebendes Fußballfeld mit einer regulären Kapazität von 500 Zuschauern. Ist das zweite Fußballfeld auf Saint-Pierre. Hier finden die Heimspiele des AS Saint-Pierre statt. Auf Miqueln existiert ein Fußballplatz, der den Namen Stade DL Avenir trägt. Auf diesem Platz finden die Heimspiele des AS Miquelonese statt.